Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die suchen eine bestimmte Karte. Die suchen den, der die Karte besitzt. Ich verrate dir ein Geheimnis. Weißt du, was für eine Karte das ist? Wenn es sich herumsprechen sollte, dass die Karte unterwegs ist, dann werden Banditen wie hungrige Wölfe hinter der Heer jagen, um sie zu ergattern. Dein Freund heißt Tego, stimmt's? Wo steckt er? Also wir folgen den Anweisungen und suchen den Schatz. Du kriegst 40, ich 60. A Wer der Beste ist und zur Legende wird, werdet ihr bald mit eigenen Augen sehen. Untertitelung des ZDF, 2020